Ich heiße euch herzlichst Willkommen bei einem weiteren Let's Play League of Legends. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir spielen Sion auf der noch alten Summoner's Rift. Beziehungsweise noch gegenwärtigen Summoner's Rift. Ich weiß nicht, wieso ich diesen englischen Begriff nicht kann. Und Sion ist für mich das zweite Mal. Ich habe gerade schon Wutanfall bekommen. Ist nicht gut gelaufen. Nein, es läuft einfach nicht gut, wenn einer fehlt und dann die anderen nur noch Scheiße bauen. Und am Ende stand es dann irgendwie 5 zu 32. Das war super. Das Game war super, ordentlich gefiltert die Leute. Ja, ich hatte auf jeden Fall gerade die Möglichkeit, den noch auszuprobieren. Da musste ich gezwungenermaßen auf die Top-Lane. Jetzt können wir hoffentlich endlich in den Jungle reingehen. Wer fehlt denn da? Der Brackner hier, ne? Brackner oder Blitzcrank war dabei. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Dauer... Dauerweilchen. Ich habe keinen Bock, wieder hier auszuhelfen. Ganz im Ernst, Leute, das nervt. Auf Dauer nervt das dann. Ja. Ja. Was weiß ich? Musst du beantworten. Ja, ich auf jeden Fall. Ich habe gerade schon in dieser... Das freut mich. Ich persönlich freue mich über die neuen Zeilen. Habe ich ja schon mehr als einmal gesagt. Und ich betone es gerne nochmal. Aber ich werde euch währenddessen das erzählen noch. Zum Beispiel hier den Schild, den haben wir ja umgearbeitet. Und die passive haben jetzt anstatt in der E jetzt in die W eingebastelt. Und dieser Schild, der läuft, Achtung, mit 10% des maximalen Lebens. Das heißt, wenn wir ordentlich gestackt haben, dann können wir einen Schild aufbauen, der richtig geil wird. Also nicht nur, dass unser allgemeines maximales Leben cool wird, aber... Schön gemacht. Ich freue mich. Ja, kommt hier noch irgendjemand helfen oder muss ich jetzt zusehen, dass ich alleine klarkomme? Denn darauf habe ich echt keinen Bock. Ich will ja nur, dass sie diesen scheiß Red Buff da ablenkt. Mehr will ich ja gar nicht. Also dafür, dass man vorher den kleinen grünen Zwergshain hatte, finde ich den ganz schön amüsant. Und der Mordekaiser wird ja gerade auseinandergenommen. Ja. Ich schwebe nicht. Ah! Ah! So, 390, ne? So! Liebe Leute. Hat der überhaupt einen Plan, was der von mir will? Hallo? Ich brauche den Farm. Was soll der Scheiß? Hol dir deinen eigenen Farm. Du hast eine eigene Lane. So, aber ich brauche nie Wohlfuss. Nun, wenn ich dann noch... Äh... 3 Lens auf Level 3 bin, helfe ich gerne. Nur, ich habe keinen Bock, dass die Leute dann meinen eigenen Fahnders dealen. Ja, ich will mal auf jeden Fall Wiggles holen. Ist mit, äh, Zayn immer ganz nett. Das weiß ich selber nicht. So. Ja, das ist sehr schön. Das wäre ja peinlich, wenn man in der Anfangsphase direkt, ähm, kaputt gemacht wird. Ich muss jetzt gucken, weil ich bin ein ziemlich erbärmlicher Jungler. Ich wollte jetzt nur, äh, in den Jungle, damit ich meine Ruhe habe. Jetzt gucke ich selber nochmal. Wo ist denn Wiggles? Wiggle, Wiggle, Wiggle. Ja, das Lied kenne ich und ich habe es gehasst. Kommt mir jetzt bloß nicht mit so einem Scheiß an. Ähm. Ne, ich bin kein Fan von diesem Lied. Muss ich auch nicht haben. Das klingt eher wie, wie Crack-Absturz. Finde ich persönlich. Jetzt muss ich eben kurz überlegen. Ja, auf jeden Fall, äh, man kann sehen an der Map schon, dass die versuchen, ähm, schon den Übergang zu der neuen Summoners Rift zu machen. Muss ich eben kurz abwarten, bis er hier den Scheiß fertig gemacht hat. Und, ähm, Scheiße, wollte ich aktivieren. Ne, ich hab, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Aram gesagt habe. Bin ich mir selber nicht so sicher. Wollte ich auch noch nachgucken. Hab ich eigentlich verbockt, aber egal. So, jetzt haben wir Level 3. Jetzt kann es lustig werden mit dem Heimatdinger. Ich frage mich tatsächlich, ob man die Türme durch die Gegend werfen kann. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann, äh, knickt euch ins Knie, ist doch nicht mein Problem. Aber das will ich noch machen. Der Lebenszuwachs ist natürlich ziemlich verringert. Ja, ist ja gut. Was macht der da? Was den Scheiß? Der sollte back gehen, der Junge. Sonst stirbt der. Jämmerlich. Ja, und ich sehe gerade, ich muss gerade auch noch ein Bot kommen. Und Top muss ich auch noch kommen. Also, ich habe... Langeweile habe ich hier auf jeden Fall nicht. In diesem Job. So, ich will auf jeden Fall eben kurz back gehen. Alter, ey, macht der Schaden, der Typ. Bevor ich dann nun wirklich helfen gehe da oben. Ich brauche nämlich neue Klamotten. Ja, eben. Genau deswegen will ich ja eben kurz noch... Top kommen. Ey, das ist doch lächerlich mittlerweile. Oh Gott, ey. Ey, wollt ihr mich hier verarschen? Ja, gut. Ja, gut. Top-Lane ist jetzt keine Gefahr mehr. Die haben sich ja irgendwie selber von... Von selbst erledigt. Leute, ich kann hier nicht überall hier... Äh, Tralala machen. Das will ich auch nicht. Das ist mir doch viel zu anstrengend. Ich gehe jetzt noch ein bisschen dashen. Der ist schon Level Tralala irgendwo da am Arsch. Ho! Genau deswegen will ich mich nicht mit dem prügeln. Das ist einfach zu heftig. Ich brauche mehr Leben. Ach, scheiß drauf. Ich werde noch einmal zurück. Aber ich habe wenigstens noch gedefft. Ja, gut so. Ein... Einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Ey, aber das kann doch nicht wahr sein, ey. Und das gleiche gilt auch für da oben. Ne, Mordekaiser. Was holt der Penner sich? Der spielt nicht auf AD. Na super. Jetzt darf ich erstmal auf der Top-Lane aushalten. Ah, ich kriege natürlich wieder keinen Farm. Keine Erfahrung, kein gar nichts. Ich kann drauf warten, bis ich erstmal Level 6 komme. Deswegen sage ich ja. Ich bin jämmerlich am... Jämmerlich als Jungler. So. Ah, guck mal, was da ist. Ach, das gibt es doch nicht. Ja, hier. Mordekaiser. Deine Chance. Ob du es glaubst oder nicht. Ah. Das gibt wieder so ein Gigafest. Oh, das gibt es doch nicht. So dämlich ist doch kein Mensch auf diesem Planeten. Ja, super. Komm, ich klaue ihm noch hier den Farm und dann haue ich ab. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Kann ja nicht wahr sein. Super, 215 fehlen mir noch. Und ich bin... Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie was noch zu bekommen. Ich bin hier nur am retten und am helfen und am Tralala. Ich habe weder Ulti noch sonst was. Weil es immer wieder diesen einen Typen gibt beim Game, der komplett inkompetent ist. Kann sein, dass ich es bin. Wer weiß. Aber das kann doch nicht wahr sein. Die Ash, die... Ash und Blitzcrank sei vergeben. Aber das ist doch echt lächerlich. Ja, kein Roten. Der Preis war auf jeden Fall nicht hoch genug, offenbar. So, wir haben Ulti. Ich freue mich. So, dann gehe ich erstmal nach unten. Und kurz helfen. Ja, Toplane ist durch. Ich weiß nicht. Okay. Alter, lass den Scheiß. Hau ab. Hau da ab. Na, der Tower ist auch schon am Föhnarsch. Was ist mit Heimerdinger? Ist der... Steht der jetzt da nur AFK in der Lane rum? Oder was ist mit dem? Reicht ihre Willen und ihre Knochen. Ja, possible ist vielleicht. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass er so dämlich ist. Hallo? Aus Versagen muss man lernen. Hallo? Das geht doch nicht. Das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Zeilen ist da schon lange weg. Ja, der gehe ich jetzt garantiert nicht hin. War ein Versuch. Meine Güte, ey. Ich habe 164 extra Leben. Mehr nicht. Das ist irgendwie traurig. Ähm. Ja, ich mache jetzt Wiggles voll. Ich weiß nicht, ob ich das nur irgendwie aufgesteckt bekomme. Ich hoffe schon. Aber... Naja. Ist doch eine Sache, ne? Dann hole ich mir erst nochmal Schuhe. Ja, toll für dich. Kriegst du einen Keks für. Ah, 25 Sekunden. Ich habe so eine heftige Abklingzeit. Abklingzeit. So, der Kollege da oben hat ja auch ordentlich Probleme. Und was macht der da schon wieder? Die ganze Zeit. So, tschüss. Er ist mal aufgeräumt da. Meine Fresse, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche jetzt erstmal... Ähm... Ich brauche hier erstmal ein paar Monster. Ich sollte mir angewöhnen, erst die Crew zu setzen und dann den Scheiß. Das könnte sehr viel angenehmer werden. Ah, Leute, ey. Was geht denn bei euch wieder ab? Hätte ich die Ulti, würde ich da so durchbrettern. Einmal Q und Thema beendet. Aber so, ne. So gehe ich da nicht hin. Das ist Selbstmord. Das gleicht reinem Selbstmord. Ich brauche Red Buff noch. Oh, das gibt's doch nicht. Was macht der da die ganze Zeit? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie schafft man sowas? Ah. Ja, ich defle. Ich defle, wenn's jetzt möglich ist. Nein, man wird mit mir weg來了. Nein, hier steals. Ja. Dann... Ja. So, wir haben jetzt 238 insgesamtes Leben. Was macht der da wieder? Und damit habe ich gerechnet. Ich würde gerne gegen den Sion helfen. Noch geht gerade nicht. Ich def hier gerade die Lane des Mordekaisers. Hallo Mordekaiser, was ist jetzt hier gerade mit dir? Ach, scheiße. Das war ja echt für die Fische hier. Das war ja echt für die Fische. Der ist sehr viel langsamer als ich. Ach, weißt du was? Ich hole mir noch das Monster da. Ey, Leute. Ich wollte hier eigentlich quatschen, aber das geht ja gar nicht hier. Und ich würde ja auch gerne helfen, aber das geht gar nicht. Ja, der Trinket war sowieso für die Fische, also... Zeit zu leiden heißt es wohl eher. Nein, leider tut es das nicht. Ich finde die Kommentare von dem immer cool, wenn man die, ähm... Wenn man so Klamotten kauft. Die Rage-Crit. Ach, Mordekaiser hat Rage-Crit. Würde ich auch tun. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Vergiss es, Alter. Zieh Leine. Ja, das hat's gebracht für den All-Minion. Boah, lass den Scheiß, Alter. Ah, das geht also doch. Und der Typ, der will's offenbar drauf anlegen. Ich würde da jetzt durchfahren, aber der macht mir zu viel Schaden, der Penner. Ich werfe jetzt hier einfach nur noch mit Minions durch die Gegend. Huuu, lauf! Und tschüss. So. Äh, ich weiß nicht. Vielleicht kann man's nochmal drehen, aber... Hm, dann müsste man jetzt echt nochmal in die Hufe kommen mit... Bei denen. So, Garen ist da grad abhandengekommen, das ist gut. Kann ich mich jetzt hier endlich mit meinen Monstern dran machen? Was? Was, 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 was? Der kam da einfach aus dem Busch gestromert. Was geht mit dem ab? Alter, lass den Scheiß. Der kriegt doch sowieso kein Gold mehr daran. Ganz im Ernst. Das bringt's doch nicht mehr. Das bringt's doch nicht mehr. So. Er hat immer noch so viel Leben. Gibt's doch gar nicht. Wie tanky ist denn der Penner? Na super. Läuft ja wieder geil hier. Na toll, hätt ich mir sparen können. So. Ja, weiß ich gar nicht. Ich will es jetzt gerade auch nicht wissen. Ich muss jetzt zusehen, dass ich, äh, mir die Hydra hole. Ich habe nämlich langsam keinen Bock mehr auf den Garen. Der nervt nur noch. So, nochmal hier Full Trinkets holen. Ähm. Ah, der Mordecai, so was macht der? Ist der der Dauer-AfK oder was ist der? Ja, super. Der ist wahrscheinlich Dauer-AfK und hängt, kommt dann ab und zu nochmal rein. Garen ist da schon wieder am Farm. Ich glaube es ja nicht. Da auch. Es geht mit euch allen hier ab. Da gehe ich nicht hin. Ach, scheiße. Ah, das wäre ja eine tolle Ulti. Muss ich mich selbst fühlen, um so genial scheiße war, habe ich die selten erlebt. Aber das ist halt scheiße. Wenn man dann mitten in den Jungle rumhängt, da kann man nicht die Ulti machen. Das ist voll für die Fische sowas. Was macht der denn da? Kann das sein, dass ich schneller bin als der Garen? Ja, witzig. Killen im Seiden. Super. Super Rat. Ich bin gerade dabei, den Seiden bei mir zu killen und den kriege ich nicht kaputt. Ganz im Ernst, wenn der so schnell weghaut, abhaut, das kann doch nicht wahr sein. Und warum rennt er da immer alleine rein? Gegen einen, den er heftig gefiedelt hat. Das ist super. Hinter sowas komme ich nicht her. Meine Güte, das ist ja schließlich kein Timo. Brülle ich eben kurz mal zur Seite. Ey, Leute, was geht denn bei euch wieder ab? Alle haben einen Job, ich habe Langeweile, oder was? Meine Frise, ey. Kriege ich eigentlich Leben dafür? Ich habe keine Ahnung. Was ich aber, wovon ich Ahnung habe, ist, ich weiß, was die dort unten versuchen werden. Ich hole mir eben schnell ein paar neue Klamotten und dann helfe ich mal auf der Botlane. Ähm, ja. Schön. Boah, wir haben meinen Turm zerstört. Was ist passiert? Na super, und der ist da wieder voll für den Arsch. Ich kann ihm da nicht dauer helfen. Was kann, was kann ich dafür, dass er hier seine eigenen Probleme hat? Oh, der hat Red Buff. Wo hat der Red Buff hier? Garen ist da weg. Ja, dann helfe ich auf der... Ich bin hier vollkommen verpeilt. Aber das kann es auch nicht sein, dass die mich hier so lange nerven. Äh, äh. Wer wollte mir den eiskalt stehen, der Penner? Ah, guck mal, was da ist. Okay, ich muss zugeben, das war jetzt gerade ein bisschen scheiße von mir. Ja, super. Jetzt darf ich wieder Deffen. Jetzt mal ganz im Ernst. Garen ist so heftig gefeedet. Nur durch den Mordekaiser. Nur durch den Mordekaiser. Der ist einmal durch mich gestorben. Der Mordekaiser hat, glaube ich, ein Assets bekommen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, was der sich da für eine Scheiße holt. Ah, Scheiße. Ja, super. Er ist geslowt und kriegt trotzdem noch Tempo. Wie scheiße. So, ich guck mal, wo hängt der hier alle rum? Ja, super. Ja, lief wohl nicht wirklich mit Teleport, ne? Der wollte sich noch in-teleportieren. Lief nicht. Oh. Boah, warum bekomme ich das hier nicht hin? Meine Fresse, ey. Was macht Mordekaiser da? Chillt der da seine Lane oder so? Ha, 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 ha. Ich bin schneller als du. Ich bin blutgekränkt. Ne, Heimer. Mich wirst du nicht bekommen. Alter, ey. Was machen die da die ganze Zeit? Ich kann nicht alles deffen. Hallo? Mag sein, dass ich die ganze Zeit im Dschungel rumgehangen habe. Aber ich habe auch was geleistet hier. Ja, ich auch. Du bist nur nicht der Einzige. Und seit dem Streik hasst jeder in Deutschland die Warterei. Ernsthaft? Ernsthaft, Bitch? Ey, wie armselig. Wie armselig. So, Freunde. Jetzt komme ich mal von hinten. Jetzt wird es lustig. Ja, offenbar ist er der andere Meinung. Huh, das war knapp. Aber ich will nicht zu weit weg. Ich will nicht zu weit weg. Das wird mir zu riskant. Da gehe ich besser weg und hoffe darauf, dass ich noch irgendwas anderes bekomme da. So, wer kommt da? Äh, ja, das ist schwierig jetzt heute wieder. Wie das aussieht, ey. Wie so ein Zyklop aus Herr der Ringe. Ne, ein Troll war das. Nicht Zyklop. So. Jetzt mache ich da hier ein bisschen rein. Ne, da renne ich nicht hin. Ich wollte eigentlich da hinrennen, aber... Da hole ich mir lieber noch Red Buff. So, das ist unglaublich. Ich kriege das... Heute kriege ich das wahrscheinlich nicht gestackt. Ich mache mich noch, du Messer. Ach, der Wettel ist nicht mehr. So. Der Wettel ist nicht mehr. So, wir dürfen hier erstmal... Das ist unglaublich, wie stark diese scheiß Mistviecher sind. Und ich habe ja noch Redbuff wohl gemeint. Wohl gemerkt, nicht wohl gemeint. Falsches Adjektiv. Guck mal, da kommen meine ganzen Freunde. Das war unnötig, ich weiß. Ich hatte nur keinen Bock mehr. Aber ganz im Ernst, das nervt doch. Kann doch nicht wahr sein, dass sie die so featen. Leute. 19,6 Ari. 14,2 Heimer und 10,1 Garen. Tschüss. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja nicht irgendwie sowas wie OP, ne? Nein. Die alte Nutte, ey. 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 Was? Er hat den... Warte mal. Falsch. Finally killed. Ach so. Oh Gott, ey. Wie arm seh ich. Leute, das nervt. Ich weiß ja nicht, ob es der Morde-Kaiser vielleicht gemerkt hat. Es vielleicht gemerkt hat. Er ist dafür schuld, dass er ab... Dass die ganze Lane da oben abkackt. Krieg ich da nix für. Meie, die Fresse, ey. 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 Hat die noch Ulti? Ne. Oh. Da ist ein Cyan. Den hole ich mir. Ich hab die Hoffnung, dass die Ash da alleine klarkommt mit der Jinx. Und das macht auch keinen Sinn, da nochmal hinterher zu rennen. Und tschüss. Ja, letzten Endes, wir haben, ja, ungefähr 568 extra Leben bekommen. Ist sehr nice. Andererseits ist das auch echt scheiße. Das ist... Hätte ich mehr Zeit gehabt und hätte ich auch mal ein paar andere Leute als Bimbos gehabt, wäre das wahrscheinlich etwas anders verlaufen. Ähm. Ich geh jetzt hier irgendwie nur noch genau los auf... Oh, ja, ernsthaft. Das war's. Ne, da renne ich nicht hin. Leute, nein. Leute, das hatte ich gerade auch. Das hatte ich gerade auch. Das war so nervig. Ja, ich werde mich jetzt erstmal abregen. Ich weiß nicht, vielleicht schlage ich irgendwo drauf. Ich guck mal. Ich habe ja so viele Sachen, wo man draufschlagen kann. Tatsache ist, ich bin genervt. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Mitleid mit mir oder Verständnis oder was auch immer man da bei haben kann. Vielleicht sogar noch ein bisschen fassungslos, wie ich gerade auch noch mitfühle. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Und disliked es, wenn es euch nicht gefallen hat. Tut mir leid, ich freue mich schon mal so ein bisschen. Und, ähm, falls ihr Anregungen habt, Fragen, Wünsche, Kommentare zu dem, was ich gesagt habe oder wie ich es gesagt habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich sehr über, äh, alles Mögliche, was ihr da, also was ihr mir dazu schreibt. Und vorletzter Punkt ist, wenn ihr das Bedürfnis habt zu wissen, wann ich irgendwas hochlade, äh, oder irgendwas verändere, ähnliches, was auch immer. Ich weiß nicht, was man da noch alles machen kann. Dann abonniert mich doch einfach direkt unter meinem Namen, der rote Knopf. Ich bekomme das einfach nicht hier mit dem Abo-Knopf in die Videos. Ich würde es gerne hinbekommen, aber das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso. Und letzter Punkt. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play League of Legends. Das wird direkt danach nochmal aufgenommen werden. Kleines League of Legends, Let's Play. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play League of Legends 5 gegen 5. Und bis dahin, auf Wiedersehen und haut rein.